Es wäre eins, Leute, heute Vormittag mit einem Mann, der im Winter versucht hat, allein ohne künstlichen Sauerstoff den Mount Everest zu besteigen. Hat nicht ganz geklappt. Bei knapp 7500 Meter ist er umgedreht. Guten Morgen und herzlich willkommen, Joost Kobusch. Guten Morgen, Wolfgang. Wolfgang bedeutet, wir haben beschlossen, uns zu duzen, weil in den Bergen duzt man sich sowieso. Absolut, ja, es wäre sonst ein bisschen seltsam. In deiner Szene auch? Absolut. Was die äußeren Regularien angeht, du kommst aus Bielefeld, studierst in Chemnitz und bist jetzt allerdings vor drei Wochen nach Chamonix gezogen. Warum? Ja, ich habe den Mont Blanc als mein Hausberg, ich habe bestes Trainingsgelände, ich möchte mich als Athlet weiterentwickeln und das war der beste Schritt dafür. Wie oft warst du schon auf dem Mont Blanc? Leider erst zweimal, aber es kommen noch viele Male hinzu. Ja, ein schwieriger Berg oder einer, wenn man sich anguckt, wie viele Leute schon oben waren, den man eigentlich mit einer vernünftigen Kondition schon schaffen kann. Ein vielseitiger Berg, würde ich sagen. Da ist für jeden was dabei. Da gibt es einfache Routen, aber es gibt auch einige anspruchsvolle kleine Ecken. Was ist die schwierigste Route auf dem Mont Blanc? Oh, also jetzt so spontan fällt mir so der Frené-Pfeiler ein. Also in klettertechnischen Schwierigkeiten sagen wir, da ist eine steile, 90 Grad steile Felswand. Das klingt anspruchsvoll. Ist es dann auch? Ja, das ist dann hart. Was Chamonix und Chemnitz angeht, du hast in Chemnitz auch studiert. Bedeutet der Umzug nach Chamonix, dass du das mit dem Studium jetzt aufgegeben hast oder läuft das weiter? Das Studium läuft weiter. Ich werde auch gut von der Uni supportet. Es gibt so ein Spitzensportlerprogramm. Aber mein Trainingsmittelpunkt sollte jetzt schon wirklich in den Alpen sein. Und im Fokus steht gerade wirklich bei mir der Sport und das Studium so nebenbei. Im Mittelpunkt steht der Sport und dann kommt das Studium. Bedeutet das in diesem Corona-Jahr 2020 an so Extremtouren gar nicht zu denken ist? Ich habe mir gesagt, hey, es gibt so viele coole Sachen vor der Haustür. Also mein Hausberg ist der Mont Blanc und da gibt es so viele Optionen. Warum soll ich denn jetzt in diesen seltsamen Zeiten so viel reisen, wenn ich auch wirklich alles da habe? Und habe mich dafür entschieden, das gesamte Jahr auch das Gelände vor meiner Haustür ein bisschen weiter zu erforschen. Hätte, wäre, wenn, wo wärst du konjunktiv eigentlich jetzt Anfang Juli gewesen, wäre Corona nicht passiert? Ich hätte eine Trainingsexpedition in Alaska gemacht am Denali, auch auf einer selten begangenen Route. Das wäre ein ganz anderes Abenteuer gewesen. Aber ich bin dem Ganzen jetzt nicht böse. Ich freue mich tatsächlich eher über die Entschleunigung. Jetzt habe ich mal wieder Zeit, Dinge zu tun, die sonst auf der Strecke geblieben wären. Denali, bekannt auch als Mount McKinley, gilt als der kälteste Berg der Welt. Du warst schon dort. Hast du ihn auch so kalt erlebt? Ich habe ihn so kalt erlebt, wie man ihn nur erleben kann. Ich war im Winter da als Training für die Everest-Expedition und da muss man sich vorstellen, gab es schon auf 2000 Meter Höhe bis zu minus 40 Grad Celsius ohne Wind und nur drei Stunden Sonnenschein. Es ist Polarwinter. Minus 40 Grad bedeutet, wenn man sich nicht vernünftig kleidungstechnisch ausstaffiert, dann kriegt man Erfrierungen. Da kann man sich schnell mal eine Erfrierung holen, wenn man einfach vielleicht ohne Handschuhe zum Beispiel irgendwas aus Metall anfasst. Dann ist es passiert. Ja, das ist zum Glück nicht passiert, aber da muss man vorsichtig sein. Was ist dir passiert, als du dann bei 7.350 Metern im Winter umgekehrt bist, weil ganz nach oben es nicht gegangen wäre mit dem Mount Everest? Es gab einige Komplikationen. Jede Expedition ist ein Aufbau uns Unbekannte und da war es einfach so, dass letztendlich das Risiko höher war, als der Nutzen weiterzugehen. Und in der Gesamtheit musste ich sagen, okay, es ist halt jetzt so, wie es ist. Ich drehe um und es wird einen zweiten Versuch geben. Joost Kobusch ist 27 Jahre alt, Extrembergsteiger und hat versucht, im Winter den Mount Everest zu besteigen. Ein Plan, von dem Reinhold Messner gesagt hat, vollkommener Unsinn. Da lacht er. Ich glaube, das hätte dem Messner auch gefallen damals, wenn jemand sein Projekt als vollkommen Unsinn bezeichnet hätte. Muss man dazu sagen, 40 Jahre ist es her, Messner war der Erste, der alle 14 Achttausender, wenn ich es richtig zusammenkriege, ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen hat. Jetzt auch im Rückblick von jemandem wie dir, der aus einer ganz anderen Generation kommt, eine große bergsteigerische Leistung? Definitiv eine sehr große bergsteigerische Leistung, was der Messner damals gemacht hat, aber gleichzeitig natürlich auch sehr künstlich das Projekt. Ich meine, das Projekt ist ja sehr definiert und auch wenn jetzt jeder denkt, ja 14 Achttausender ist ja sinnvoll und so weiter, würden wir in Fuß rechnen, dann macht das absolut gar keinen Sinn mehr, diese Berge auszuwählen, weil in Fuß sind das ja dann ganz andere Berge. Das ist ja alles ein Projekt, was sich nur am metrischen System orientiert und deswegen für mich heutzutage absolut unspannend. Das bedeutet für dich würde es keinen Sinn machen im Sommer oder Mai, ist glaube ich die Hauptbesteigungszeit des Mount Everest, um diesen Dreh rum so eine Besteigung zu machen, weil du genau wüsstest, da waren schon 3594 Leute vor dir oben? Ich liebe den Aufbruchsunbekannte, mich reizen Projekte, bei denen ich nicht sicher bin, ob sie überhaupt möglich sind und wenn es jemand schon mal gemacht hat, dann fehlt das halt, diese Exploration, diese Neugierde, die ich halt intensiv ausleben kann und an der ich mich als Mensch weiterentwickeln kann. Risiko und Neugierde unter diesen Bedingungen bedeutet aber auch, dass das Risiko, da nicht zurückzukommen und zu Tode zu kommen, größer ist als bei einer anderen Expedition, oder? Theoretisch schon, es ist halt ein neuer Pfad, den man geht, den man selbst erforschen muss. Das hängt dann viel von der Strategie ab. Ich versuche da kein russisch Roulette zu spielen, bei mir ist das eher so wie Pokern, weißt du, ich schaue in meine Karten und ich riskiere im richtigen Moment. Aber du hast recht. Ohne Risiko wird es ja auch kein Abenteuer geben, weißt du? Also ich bin kein Mathematiker und kann es dir von daher auch nicht tatsächlich plausibel ausrechnen, aber allein die Vorstellung, im Winter allein nur ganz wenige Sonnenstunden, eine extreme Kälte, niemand, der im Falle eines Falles einem zu Hilfe kommen kann, so eine Unternehmung zu machen, Richtung 8850 Meter, das ist schon heftig. Absolut. Da kann ich nur Ja sagen. Und? Was war der heftigste Moment, der Umkehrpunkt auf 7.350 Meter? Der Umkehrpunkt war nicht der heftigste Moment. Letztendlich ist das Projekt in so einem Größenmaßstab, das ist so krass und intensiv, dass von vornherein klar war, hey, das wird eine Trainingsexpedition. Ich schaue mir das Mikroklima an, die Route meiner Ausrüstung, wie ich mit all diesen Komponenten interagiere und ich werde möglichst viel daraus lernen. Ich denke, es gab einen Tiefpunkt und der war definitiv der, an dem ich mir eine Überbelastung zugezogen habe, also eine Verletzung hatte, im Basecamp saß und die Route am Berg, auf der ich eigentlich wieder aufsteigen wollte, kollabiert war. Die war zusammengebrochen und es war so ein Punkt, wo ich sagen musste, okay, vielleicht ist die Expedition jetzt schon vorbei. Das war auch nicht die klassische Mount Everest Route, die Südroute, sondern welche, die du dir da ausgeguckt hattest? Das ist der Westgrad. Der Westgrad ist eine sehr anspruchsvolle Route. Es gibt Felsklettern, Eisklettern, Mixklettern. Es ist sehr, sehr technisch und für mich als Solo-Bergsteiger besser geeignet, aber sehr selten begangen. Joost Kobusch, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, 27 Jahre alt, kommt aus Bielefeld, studiert in Chemnitz, lebt seit drei Wochen in Scharmonie und hat, hast du mir gerade erzählt, fünf jüngere Schwestern. Drellinge und Zwillinge. Hat auch nicht jeder. Ja. Viel, viel, viel Drama, das du schon miterlebt hast oder hältst du es in Kanz? Ich würde es eher Action nennen. Also es ist immer was los, es gibt immer viel Trubel und ja, ich finde es eigentlich cool, dass ich so aufgewachsen bin. Also Zwillinge und Drellinge bedeutet, die können auch jeweils gut miteinander und sind sehr eng oder ist da eine besondere Rivalität da oder wie würdest du, oder wie hast du es erlebt bisher? Ich würde jetzt eher sagen, wenn wir so viele sind, dann ging es eher darum, die Aufmerksamkeit der Eltern zu bekommen und dann wer am lautesten schreit, kriegt am meisten Aufmerksamkeit. Bist du der einzige Bergsteiger in der Familie? Ja. Dann musstest du aber irgendwann gelernt haben, diese Angst zu überwinden. Sonst hättest du ja die Dinge, die dann passiert sind, nicht machen können. Ich denke, ich habe die Angst nie überwunden. Die Angst ist vielmehr zu einem Freund geworden und hilft mir, Performance abzurufen, fokussiert zu sein. Wenn ich Alleingänge mache an solchen krassen Bergen, dann ist die Angst ein Asset geworden. Etwas, was mir hilft, so eine Performance zu schaffen. Die Angst als Freund, also diese Metapher habe ich bisher auch nie gehört. Ja, ich glaube, der Alexander Huber hat da mal ein Buch drüber geschrieben, also auch ein Bergsteiger, eher ein Kletterer. Mit seinem Bruder zusammen. Die Huber-Buben. Ja, genau. Das ist kein neuer Ansatz, aber ich lebe das eben sehr und kann davon sehr viel zehren, dass ich eben diese Angst in mich aufnehme und nutze, anstatt sie abzustoßen. Aber funktioniert doch in Extremsituationen nur, wenn man eine sehr verlässliche innere Stimme hat, oder? Ja, also diese Angst sollte natürlich nicht wirklich die Kontrolle übernehmen, an der Oberfläche sein. Die Angst, wenn du sie gut verarbeitet hast und das so ein bisschen trainiert hast, dann ist sie tief in dir drin und ist so eine treibende Kraft. Also sonst könnte ich ja nicht nach 32 Stunden nonstop klettern, immer noch meine Steigeisen und meine Eispickel präzise positionieren, präzise klettern. Ich meine, man kennt es ja beim Autofahren, dann schläfst du ja irgendwann ein, aber das wäre dann das Ende. Bedeutet zwei Dinge müssen zu 100% funktionieren. Zum einen, die Kondition muss einfach da sein, sonst gibt es den körperlichen Zusammenbruch und auf der anderen Seite muss man sozusagen eine Verlässlichkeit haben in die innere Stärke? Klar, es ist halt muskulär, man muss fit sein, aber Psyche bedeutet nicht nur, dass man quasi mit Angst gut umgehen kann oder Risiken gut einschätzen kann. Psyche bedeutet auch, so ein bisschen für sich selbst zu wissen, warum man das eigentlich da tut. Und vielleicht war das ein bisschen so ein Understatement, man muss wissen, was man da tut und warum man es tut, sonst kann es auch nicht funktionieren. Oder im Umkehrschluss, man hängt dann irgendwie auf 7000 Meter bei minus 35 Grad und irgendwann sagt man sich, bin ich eigentlich wahnsinnig, was mache ich hier? Genau, aber das ist ja dann der Punkt, an dem du was tust, was nicht mehr mit deinem persönlichen Purpose, mit deiner persönlichen, ich sag mal, mit deinem Lebenssinn übereinstimmt und dann ist es besser nach Hause zu gehen. SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit dem Extrembergsteiger Joost Kobusch, der im Winter versucht hat, auf den Mount Everest zu kommen. Eine Unternehmung, um es nochmal zu sagen, wo andere Bergsteiger gesagt haben, wie Messner, Wahnsinn, macht man nicht. Auch mit dem Zusatz, dass du jemand bist, der keine Erfahrung an Bergen dieser Größenordnung hat bisher, also K2, Nanga, Parbat oder... Naja, Annapurna. Annapurna ist der. Also Annapurna ist auch ein Achttausender und der zählt zu den schwierigsten und auch gefährlichsten Achttausendern und ist definitiv der am seltenen bestiegenste Achttausender. Wann hast du den gemacht? Habe ich 2016 gemacht. Welche Schwierigkeitsgrade hat der im Vergleich beispielsweise zu Mount Everest? Kann man das beschreiben? Ich bin durch die Nordroute hoch und da hat man auch mal Eiskletterei, die wirklich 90 Grad steil ist, ist ein bisschen technischer. Die große Herausforderung da ist halt, dass es super gefährlich ist. Man hat so viele hängende Gletscher in der Route, Serax nennen wir die, und die können jederzeit abbrechen und runterstürzen. Es gibt Lawinen im 20-Minuten-Takt. Du kannst quasi so eine Stoppruhe danach stellen. War das die Besteigung, wo du anschließend mit einem anderen Bergsteiger Blitzschach gespielt hast, um ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen? Ja, also ich war zwar alleine unterwegs, ohne Unterstützung von Sherpas, ohne Sauerstoff und alles, aber am gleichen Tag sind auch noch, ich glaube, so fast 20 andere Bergsteiger hoch. Und ich habe zufällig jemanden getroffen, der schon im Abstieg war, unterhalb des Gipfels und wir hatten im Basecamp so ein bisschen gesagt, hey, wenn wir uns da oben treffen sollten, lass uns mal eine Runde Schach spielen. Und ich so, hey, hier, lass uns eine Runde Schach spielen. Und er so, ah, nee, mein iPhone hat keinen Akku mehr. Ich so, nix da, ich habe eine Powerbank dabei. Wir machen das jetzt kurz. Und dann haben wir eine Runde Blitzschach gespielt. Ein Israeli. Genau, der Nadav. Wer hat gewonnen? Wir haben vorher natürlich in weiser Voraussicht ein Gentleman's Agreement getroffen, dass wir niemals jemanden davon erzählen würden, wer gewinnt. Okay, ansonsten eine Unternehmung, die bergsteigerisch das Schwierigste war, was du bisher unternommen hast? Nee, ich denke nicht. Ich denke, die Erstbesteigung eines sehr hohen, unbestiegenen Berges in Nepal war definitiv schwieriger. Welcher war das? Das war der Nangpaigosum II, ungefähr 7300 Meter hoch. Das war der damals höchste unbestiegene Berg des Landes Nepals und gehörte mit zu den letzten hohen, unbestiegenen Bergen. Warum war der so lange unbestiegen, wo er doch 1500 Meter tiefer ist als der Mount Everest? Naja, die Problematik liegt darin, dass der quasi in so einer Sandwich-Position war. Da war links ein 7000er, rechts ein 7000er, direkt daneben. Also gibt es halt die Option, über einen weiteren 7000er rüber zu steigen, um auf den drauf zu steigen oder eben durch die ganz steile Südwand hoch zu steigen und die war nicht ohne. Warum hast du dir genau diesen Berg ausgeguckt? Ich denke, ich habe bei meiner Anapuna-Expedition festgestellt, das Solo, was ich vorhatte, war kein reines Solo, weil eben noch andere Menschen da waren. Und dann habe ich danach, ein Jahr später, diesen Berg irgendwie entdeckt und gedacht, wow, da kannst du so den Alpinismus, wie du ihn leben möchtest, noch wirklich leben und verkörpern. Und diesen Aufbruch uns unbekannte, voll und ganz wagen, deswegen war das halt für mich dann irgendwie ein viel größeres Ziel als noch ein 8000er. Das reduziert aber natürlich die Möglichkeiten, die du bergsteigerisch in der Zukunft haben wirst, beträchtlich. Wenn du nur noch Sachen machst, wo andere nicht auch parallel am Berg sind. Naja, es geht nicht darum, dass andere parallel am Berg sind. Am Everest war ja auch eine andere große Expedition unterwegs, aber auf einer anderen Route. Für mich sind diese Expeditionen ein Aufbruch in die Wildnis. Ich möchte Wildnis erleben, ich möchte dieses Ruhe, die Natur spüren und diese Meditation erleben, die damit einhergeht. Und das geht halt nicht auf einer Piste. Es wäre eins, Leute, heute Vormittag mit Jost Krobusch, der im Winter versucht hat, auf den Mount Everest zu kommen, allein und ohne künstlichen Sauerstoff bei 7350 Metern umkehren musste. Bleibende Schäden, Jost, oder ist alles für dich, was das Gesundheitliche angeht, gut ausgegangen? Alles gut ausgegangen. Letztendlich war für mich diese Expedition ein voller Erfolg. Auch wenn das jetzt nicht so wirkt, weil ich ja umgedreht bin. Warum war es ein voller Erfolg? Das Projekt ist so krass, dass für mich von Anfang an klar war, das würde ein Training werden. Und mein Ziel war, bei diesem Training die Route bis 7000 Metern zu erforschen, um eben für einen späteren Versuch mich einfach auf den Erfolg vorzubereiten. Ich habe 7350 erreicht. Ich habe sogar ein bisschen mehr erreicht, als ich dachte. Die Bedingungen im Himalaya im Winter bei etwa 7000 Meter. Welche Temperaturen herrschen da? Sehr, sehr hohe Schwankungen. Wenn die Sonne rauskommt in großen Höhen, kann es auch mal sehr warm werden. Einfach weil da weniger Atmosphäre ist, die eben diese Strahlen reflektiert. Wenn der Wind da herrscht, dann kann es auch mal sehr, sehr schattig werden. Also, puh, wenn es windstill ist, kann man auf der Höhe vielleicht sogar noch mal wirklich ein bisschen über Null sogar sein. Und wenn es dann dunkel und windig ist, dann locker mal minus 50. Schnee und Eis? Im Winter ist Trockenzeit. Es ist ein monsungesteuertes Klima. Und deswegen gibt es ganz, ganz wenig Schneefall, aber eben sehr viel Wind. Es ist ein trockenes, raues Klima. Ja, Sauerstoffmangelversorgung in dieser Höhe zwangsläufig. Mit welchen Auswirkungen für dich? Ja, ich bin sehr, sehr lange in der Höhe gewesen. Ich habe mich sehr lange vorbereitet. Für so eine sauerstofffreie Begehung habe ich tatsächlich vorher vier Sechstausender bestiegen. Mich sehr, sehr lange in der Höhe aufgehalten und eben sehr, sehr viele rote Blutkörperchen bilden können. Das passiert erst nach einigen Wochen. Dadurch ist mein Blut sehr dick. Das bedeutet, dass ich sehr, sehr viel trinken muss. Sonst kann es halt auch Thrombosengefahren geben etc. Und alles, was ich oberhalb von 5500 Meter dann trotzdem am Berg verbringe, das ist Zeit, in der mein Körper degeneriert. In der ich abbaue, in der mein Körper quasi langsam stirbt. Und je höher ich bin, desto schneller passiert dieser Absterbungsprozess. Das hast du auch erlebt inklusive dieser Gedächtniseintrübungen? Inwiefern Gedächtniseintrübungen? Dass du irgendwie nicht mehr ganz klar warst, dass du Dinge gesehen hast. Es gab mal eine Besteigung von dir, da hast du glaube ich vor dir einen beim Abstieg gesehen, der irgendeine gelbe Jacke angehabt hat. Den gab es aber gar nicht. Ja, das war eine Halluzination. Jetzt war es tatsächlich so, dass ich gar nicht so am Limit war, dass ich irgendwie halluziniert habe oder irgendwas in der Richtung. Das passiert wirklich nur, wenn du deinen Körper extremst belastest. Und dann erschafft dein Körper auch nicht irgendwas aus dem Nichts heraus. Es ist vielmehr so, dass Objekte, die da sind, so ein bisschen ihre Form verändern und so ein bisschen verschmelzen. Wie in so einem Traum. Hast du irgendwann in dieser Extremsituation, in dieser Extremhöhe auch Momente erlebt, wo du gedacht hast, verdammt, ich komme vielleicht gar nicht mehr runter? Nee, kein bisschen. Wenn ich das denke, dann habe ich schon von Grund auf einen Planungsfehler gemacht. Ich habe das Ganze jetzt sehr, sehr sicher geplant. Ich hätte sogar noch höher aufsteigen können als 7.350 Metern. Allerdings hat es keinen weiteren Nutzen für meine Expedition ergeben, denn es war schon gegen Ende des Winters. Und die Erforschung der Route hat einfach länger gedauert als gedacht. Gibt es in einer solchen Höhe auch die Angst vor der Stille und vor der Einsamkeit? Nein, es ist vielmehr so, dass man die Stille und Einsamkeit sucht. Ich suche das Ich möchte als Mensch wachsen und das kann ich am besten, indem ich mal wieder zwischendurch reflektiere in dieser meditativen Umgebung, in der ich mich in dieses tiefe Flow-Erlebnis begebe. Donnerstag, 25. April 2015, 12.37 Uhr, Mount Everest Basislager. Der Moment, in dem ein Tsunami aus Eis kam und in dem Joost Kobusch dieses Video drehte. Fuck, 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 scheiße, fuck, fuck, fuck. Joost, was ist da passiert? Ja, es war eigentlich ein ganz gewöhnlicher Tag. Ich hatte sogar überlegt noch aufzusteigen und saß mit anderen Bergsteigerkollegen im Basecamp, als plötzlich der Tisch geweickelt hat. Und ich erinnere mich noch genau, da war dieser Kollege von mir aus Japan da und seine ersten Worte nach dieser kurzen Stille waren Erdbeben. Und ich dachte so, ja, Moment mal, wenn der Japaner sagt, Erdbeben, der hat bestimmt Erfahrung, dann muss es ja ein Erdbeben sein. Ich hatte noch nie ein Erdbeben erlebt und ich war aufgeregt wie ein kleines Kind. Ich dachte so, wow, so ein Erdbeben, wie cool ist das denn? Ich war noch nie in einem Erdbeben. Und dann kam das Eis? Erstmal nicht. Erstmal war es ja so, dein Zuhause, du wohnst da wirklich auch monatelang und man fühlt sich sicher, man ist weit weg von den Bergen. Und erstmal habe ich mich gefreut und mit dem iPhone so ein bisschen gefilmt. Und dann habe ich gesehen, dass Leute auf einmal vor irgendwas weglaufen, mich umgedreht und da war diese gigantische Lawine, die auf mich zuraste. Die dich dann ja auch erfasst hat? Ja, so wirklich erfassen hat sie mich nicht. Du musst dir vorstellen, es ist eine Staublawine. Es ist sowas wie eine Explosion und die Druckwelle der Explosion kommt und da sind ganz viele Eispartikel drin. Ich war hinter einem Zelt gesprungen und hinter einem Zelt bist du nicht gerade optimal geschützt vor so einem Ding. Und das schlug ein und diese Partikel drücken sich in Mund und Nase und du hast das Gefühl zu ersticken. Wie bist du aus der Nummer rausgekommen? Also erstmal dachte ich, okay, das war's. Also du wirst jetzt sterben. Aber es war irgendwie auch okay. Ich dachte, wow, du hast so ein cooles Leben gelebt bis jetzt. Es ist okay, wenn es das jetzt war, dann war es das. Ich bereue nichts. Das ging so klar durch deinen Kopf? Das ging so klar durch meinen Kopf. Und ich war in so einem friedvollen, ja, ich war so friedvoll, dass ich tatsächlich auch sagen konnte, okay, ich habe eine große Downjacke an. Da sind auch zwei Freunde von mir, die waren auch hinter dieses Zelt gesprungen. Ich nehme die unter meine Jacke und wir schützen uns gemeinsam unter der Jacke. Und das könnte systematisch unsere Überlebenschance erhöhen. Aber mir war halt auch klar, wahrscheinlich werden wir sterben und es ist okay. Und wie lange hat es dann gedauert, bis klar war, ihr überlebt? Ich denke, das ging dann alles relativ schnell. Gleichzeitig aber auch mit so einer Zeit, wo du nicht sagen kannst, ob die jetzt schnell oder langsam geflogen ist. Es war alles so unrealistisch, so unwirklich. Aber plötzlich habe ich gespürt, der Druck lässt nach von dieser Lawine. Das bedeutet ja jetzt nicht, dass wir überleben werden, aber erst mal lässt die Belastung nach und dann haben wir uns neu organisiert. Und ich habe gesagt, hey, lass uns zum Küchenzeit laufen. Vielleicht kommt jetzt ja dieser solide Teil der Lawine, also die wirklichen Schneemassen. Und wenn die gekommen wären, würden wir auf keinen Fall überleben. Die kamen aber nicht. Die kamen nicht. Gleichwohl, die Bilanz verheerend. Ich glaube, 18 Bergsteiger sofort tot und vier, die dann in der darauffolgenden Nacht verstorben sind. Ja, wir hatten etwa 63 Verletzte, viele Kopfverletzungen und es war alles, ich meine, wir sind autark in einem Bäschen, wir konnten uns versorgen, aber viele Menschen brauchten doch sehr intensive medizinische Hilfe, die es einfach nicht gab. Helikopter konnten nicht fliegen. Es sind keine Sichtverhältnisse gewesen. Es war ein Schlachtfeld, überlag Ausrüstung verstreut. Es war wirklich, wirklich schlimm. Dieses Video, wo wir gerade diesen kurzen akustischen Ausschnitt gehört haben, hast du ins Netz gestellt mit dem Ergebnis erstens millionenfach geklickt und zweitens Shitstorm. Warum? Shitstorm? Ja. Was war der Shitstorm? Dass du es ins Netz gestellt hast und möglicherweise kommerzielle Nutzen draus gezogen hast. Okay. Ja, es gab sicherlich schon einige Stimmen, die gesagt haben, ob das so richtig ist. Das waren aber viel mehr Freunde von mir, die gesagt haben, so Just, irgendwie das Land Nepal braucht jetzt eigentlich gute Werbung nach so einer verheerenden Katastrophe. Es waren dann aber auch andere Freunde, die gesagt haben, es war gut. Wir konnten viele Spenden eben bekommen, dadurch, dass wir zeigen konnten, was da alles passiert ist und wie das aussah. Und der Everest ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil davon. Letztendlich verdient habe ich nichts an diesen YouTube-Werbeeinnahmen, von denen man sonst so hört oder so, weil ich eben so viel Fuck gesagt habe. Und das wurde sofort als unangemessener Inhalt markiert. Und da waren dann 0 Euro Werbeeinnahmen. Ich meine, wer möchte seinen Werbespot haben? Und danach wird irgendwie 15 Mal Fuck gesagt. Extrem Bergsteiger Just Kobusch, ein Mann, der, kann man es so formulieren, immer geguckt hat, möglichst minimalistisch und puritanisch auf die Berge zu kommen, unter Einschluss auch dieser Prämisse, möglichst alles allein zu machen und nicht in einer großen Herde zu laufen. Ich denke, dass ich das nicht immer so bewusst gemacht habe, sondern am Anfang war es auch so ein bisschen aus der Not heraus geboren. Ich komme aus dem Flachland ursprünglich. Ich hatte Schwierigkeiten, die passenden Seilpartner zu finden. Und ich hatte auch vor allen Dingen kein Geld. Und da ist der Minimalismus geboren. Und ich habe den für mich dann entdeckt, weiterentwickelt und ihn halt auch wirklich lieben gelernt. Apropos Geld. Ich meine, auch wenn du es alleine machst, diese Touren in den Himalaya, die kosten ja richtig Geld. Wie finanzierst du solche Geschichten? Ich arbeite mit Sponsoren. Ich mache Vorträge, Events und ich habe zum Beispiel ein Buch geschrieben. Das funktioniert dann auch in der Summe so, dass du diese Projekte dann auch vorantreiben kannst. Genau, ja. Das ist am Ende natürlich auch immer ein bisschen Erfindergeist, wie man das dann hinbekommt. Vor allen Dingen auch vielleicht mal, wenn die Sponsoren nicht so ganz von einem wagemutigen Projekt überzeugt werden können. Es hat im letzten Jahr, im letzten Jahr deshalb, weil dieses Jahr, glaube ich, so gut wie alle Expeditionen auf die Hohen Berge abgesagt wurden, Corona-bedingt. Es hat im letzten Jahr ein Foto gegeben, ein Stau vor dem Hillary Step am Mount Everest, wo, weiß nicht, 50, 80, 100 Bergsteiger gewartet haben. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du dieses Foto gesehen hast? Ich dachte erst mal natürlich gut, dass ich nicht da bin. Und zweitens dachte ich, es ist super, das sollen die genauso weitermachen, weil dann habe ich meine Ruhe beim Winterbergsteigen. Wobei das ein Stück weit zynisch deshalb ist, weil dieses Foto mit den stehenden Bergsteiger bedeutet, dass das Risiko ja immer höher wird, weil man ja viel zu spät war. Das war natürlich auch eher ein Spaß. Das ist ja schon eine Perversion. Und das ist ja, wie Messner jetzt sagen würde, reglicher Pistenalpinismus. Das hat für mich mit Alpinismus nichts mehr zu tun. Das ist wirklich Tourismus. Es geht darum, oben zu stehen. Es geht nicht darum, als Athlet da hochzukommen. Man verändert die Umgebung in einer Art und Weise, wie man dann dazu in der Lage ist, da oben zu stehen. Und dabei sind halt einfach auch zu viele Menschen unterwegs. Und das sorgt auch letztendlich natürlich für eine starke Beeinträchtigung dieser Natur und in dieser Umgebung, in der wir uns sonst halt auch bewegen. Dieses echte Abenteuer, das geht ja dabei verloren. Und ich frage mich immer, wenn man so eine Expedition bucht, ich sage mal in Anführungszeichen, böse gesagt, im Katalog, bekommt man denn dann wirklich dieses Abenteuer, wofür man aufbricht? Die Frage muss dann schlussendlich jeder für sich selbst beantworten. Aber ich meine, Fakt ist, wenn man 100.000 Euro oder 100.000 Dollar bezahlt, dann wird man fast raufgetragen inzwischen. Am Ende muss man immer noch selber gehen. Und auch wenn ich jetzt sagen könnte, wie viel einfacher das ist, mit Sauerstoff und Sherpas hochzusteigen, selbst das ist immer noch eine krasse Leistung. Und ich würde sagen, prinzipiell hat jeder meinen Respekt, auch wenn er mit Sauerstoff hochgestiegen ist. Es ist einfach für mich, es ist nicht mein Ding und ich würde damit nicht glücklich werden. Wie viele Müllberge hast du mitbekommen auf deinen Wegen nach ganz oben? Ich habe selbst sogar Müll gesammelt und habe mehr Müll mitgenommen, als ich hinterlassen habe. Also erstmal sowieso, was man herbringt, nimmt man auch wieder mit nach Hause. Aber ich habe auch noch etwas mehr mitgenommen und habe auch, ich habe eine kleine Ausstellung und ich habe auch tatsächlich sehr viel Metallschrott gesammelt am Berg. Und den pressen wir jetzt in so einen kleinen Würfel zusammen. Du glaubst gar nicht, was man da alles findet. Joost Kobusch, unser Gast heute Vormittag, in Leute, der Mann, der im Winter versucht hat, auf den Mount Everest zu kommen, davor auch schon in den hohen Bergen unterwegs war, auch eine Besteigung gemacht hat, der Annapurna 1 im Jahr 2016. Auf diesen ganzen Expeditionen, Joost, an wie vielen tiefgefrorenen Menschen bist du vorbeigekommen? An keinem, muss ich sagen. An keinem? An keinem. Einmal gab es tatsächlich einen tiefgefrorenen Menschen, aber der wurde quasi so abtransportiert, dass ich nicht direkt mit ihm in Berührung gekommen bin. Ich frage deshalb, weil das sozusagen die Standardantwort ist, fast jedes Bergsteigers, der zumindest auf der Normalroute zum Mount Everest gekommen ist, dass er gesagt hat, das hat ihn am meisten irritiert, links am Weg, rechts am Weg, tiefgefrorene Leichen. Ja, meine Route ist halt so steil, da hält sich keine Leiche. Ansonsten, das ist natürlich etwas, was einen vermutlich dazu, also vorausgesetzt man beschäftigt sich damit, innerlich nachdenklich werden lässt für das, was man da eigentlich tut, oder? Ja, ich denke, für mich ist es viel berührender, wenn Menschen, die ich persönlich kenne, dann halt von mir gehen und wenn sie halt selbst kein Verschulden dabei haben, wenn es so ist, dass es einfach vielleicht eine Wahrscheinlichkeitsrechnung war und die ist nicht ganz aufgegangen, dann ist es viel schlimmer. Oder wenn du im Basecamp bist und einem Bekannten von dir passiert was, zum Beispiel bei der Lawine, der überlebt das nicht, dann ist es ja eigentlich ein Ort, der als sicher galt und niemand hat damit gerechnet. Dann finde ich es viel, viel schwieriger, als wenn es tatsächlich dabei passiert, wenn jemand auch wirklich ein großes Risiko eingeht und Pech hat. Man geht zwar, wie in deinem Fall, allein irgendwo hoch. Auf der anderen Seite gibt es ja Menschen, die sich Sorgen machen, denen es sehr wichtig ist, dass du dann in diesem Fall auch wieder heil runterkommst. Deine Mutter beispielsweise oder deine Freundin. Habt ihr euch vor den jeweiligen Expeditionen darüber unterhalten? Nicht so intensiv, aber ich meine, das ist ja quasi mein Job. Jeder weiß genau, was ich da tue. Klar sagen dann alle so, ja komm heil wieder und so, aber die wissen halt auch schon, dass ich alles tue, um das relative Risiko zu minimieren. Ich bin ja ein Sicherheitsfetischist. Das sieht jetzt nicht so aus. Ich bin da allein unterwegs und 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 und. Für jeden wirkt das jetzt nur nach extrem hohen Risiken. Aber ich tue ja alles, um das relative Risiko, das Risiko, auf das ich einen Einfluss habe, zu minimieren. Das ändert aber nichts daran, dass dein relatives Risiko höher ist als das Risiko anderer Bergsteiger. Ja, ich denke, das ist sehr schwer messbar, aber es ist auf jeden Fall ein Risiko da. Aber ich muss dazu natürlich auch sagen, dieses Risiko erzeugt ja erst das Abenteuer. Und an dem Risiko kann man erst als Mensch wachsen, sonst wäre es ja quasi einfach nur Sport. Hast du Vorsorge getroffen für den Fall der Fälle? Hast du beispielsweise mit deinen 27 Jahren ein Testament gemacht? Ich habe tatsächlich mich dafür entschieden, ein Testament und einer Patientenverfügung und eine Generalvollmacht in ein Dokument zu übernehmen. Also es kann jetzt zum Beispiel ja eintreten, ich bin in der Arktis und ich bin verschollen. Und vielleicht könnten ja irgendwelche, ich sag mal, großen wirtschaftlichen Schäden oder irgendwas könnte passieren. In diesem Fall könnte mein Vater für mich eben mit der Generalvollmacht Sachen tun. Ich habe die Patientenverfügung und dann habe ich einfach noch gesagt, okay, eben das gleiche Dokument habe ich noch ein Testament aufgenommen. Das ist ja auch, wenn du schon mal dabei bist. Okay, wir hoffen trotzdem, dass es für die Katz ist, diese Winterbesteigung, Mount Everest, wirst du die nochmal angehen? Na klar. Wann? Das war jetzt der erste Trainingsversuch, Trainingsversuch, naja, der erste Durchlauf. Der zweite Durchlauf wird 2021, 2022 starten. Viel Erfolg und viel Glück. Ja, danke. Danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst.